Musik Ich hätte das sehr gerne wieder persönlich gemacht, deswegen dieses Mal digital. Herzlich willkommen zur Top 100 Auszeichnung. Das Coronavirus hat mit ungeheurer Wucht unsere Welt erfasst. Es ist eine Krise. Aber im Deutschen gibt es das Sprichwort Not macht erfinderisch. Und gerade Innovatoren sehen in Krisen auch manchmal eine Chance. Bei Top 100 geht es um Innovatoren. Es geht darum zu zeigen, wie diese Unternehmen den Mut haben, sich neu zu erfinden, Neues zu entwickeln und damit eben auch zu einem leuchtenden Beispiel für andere werden. Nun, gerade in Deutschland, finde ich, brauchen wir zudem einen Kulturwandel. Wir sollten die Prioritäten neu setzen und Innovation gehört ganz nach oben. Als Mentor von Top 100 ist es mir besonders wichtig, dass diese innovativen Unternehmen auch eine besondere Sichtbarkeit bekommen. Nun, entscheidend für einen solchen Wettbewerb, für eine solche Auszeichnung ist die wissenschaftliche Basis. Bei Top 100 untersuchen wir die Innovationsorientierung von Unternehmen, also die Zukunftsfähigkeit. Die Basis dafür sind über 100 Indikatoren aus der internationalen Forschung und Vergleichsdaten von mehr als 10.000 Unternehmensanalysen. Die Zimmermann PV Stahlbau GmbH und Co. KG ist durchgängig und konsequent auf Innovation ausgerichtet. Das zeigt sich ganz besonders beim Innovationsklima, also beim kreativen Nährboden der Innovation. Herzlichen Glückwunsch an Zimmermann PV Stahlbau GmbH und Co. KG zur Auszeichnung Top 100. Top 100 zeichnet den innovativen Mittelstand aus. Und das ist extrem wichtig, denn man nennt nicht umsonst den Mittelstand das Rückgrat unseres Landes. Wir haben uns riesig gefreut, dass wir zu Top 100 vorgeschlagen wurden. Darin haben wir die Chance gesehen, unsere Innovationskraft zu messen und zu bestätigen. Da wir nun tatsächlich ausgezeichnet werden, freut uns das ungemein, da es unseren täglichen Einsatz und Innovationswillen des gesamten Teams widerspiegelt.